Das DentEye Research Center präsentiert Ihnen die neue Interprox, die einzige Interdentalbürste mit flexiblem Kopf und Griff. Ganz ohne Memory-Effekt. Die Bürste sollte in die Zahnzwischenräume mit Reihenrausbewegungen eingeführt werden, ohne dabei den Bürstenkopf zu verdrehen. Es sollte behutsam innerhalb der Zahnfleischtaschen verfahren werden. Dank Ihrer großen Flexibilität bietet die neue Interprox einfachen Zugang zu allen Räumen. Es muss nur der Kopf gebogen und der Griff verformt werden, um den besten Winkel zu erhalten. Interprox ist auch für Implantate, Zwischenräume und kieferorthopädische Anwendungen geeignet. Darüber hinaus kann der Griff mit der passenden Kappe verlängert werden, um den hinteren Teil der Mundhöhle einfacher zu erreichen. Die neue Interprox verfügt über eine rutschfeste Grifffläche für Präzision und Komfort beim Reinigen. Die Kombination aus hochwertigen schwarzen und weißen Borsten ermöglicht eine bessere Kontrolle der Reinigungsergebnisse. Das polyurethan-beschichtete Edelstahlgeflecht sorgt für einen erhöhten Schutz für Zähne und Zahnfleisch. Erstklassige Interdentalhygiene Die neue Interprox wird in einer praktischen Blisterpackung geliefert. Eine große Auswahl, die Ihnen stets die besten Bürsten für alle Zahnzwischenräume bietet und eine optimale Reinigung gewährleistet. Interprox – die Zahnzwischenraumpflege, die sich an Sie anpasst. DandEye – Kompetenz in Mundgesundheit DandEye – Kompetenz in Mundgesundheit